Und heute gibt es mal ein Röntgen Burning Heat. Machen wir hier mal 10. Und hier fangen wir mal ein bisschen zart an mit 80. Los geht's. Mal gucken ob es ein paar Vulkane gibt. Na los, so wie ein paar mehr. Nicht so geizig. Naja, letzte Chance. Guckt mal was nach. Ne, leider nicht. Dann bleibt es bei zarten 7 Euro. So, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder ein bisschen auf die Vulkane hier. Zwei reichen nicht ganz. Jetzt könnt ihr uns ja schon mal drei zeigen. Mach der Akina ansteigen. Mach der Akina ansteigen. Tja, wollen wir mal hoffen, dass hier ein bisschen was rumkommt. Immer nix. Ah, mehr davon. Ja. Jawohl. Los, den 100er schaffst du doch. Komm, mach den Huni voll. Oh wei, oh wei. Noch mal drei. Noch mal drei. Genochen ist es nicht verloren. Rückt ihn aber auch nie aus. letzte chance noch mal voll geizkragen 100 da hätten wir doch gern genommen so dann rückt jetzt wenigstens ein paar vulkaner hier das wir gehen jetzt auf 2, hopp oder top auch weg jetzt wirds eng hier komm los 20 was Damit kommen wir nicht mehr hin. Also wirst du ja immer zu uns ja ruhig geben können. 21, wer damit? Mal sehen wie lange wir das Spiel treiben können. Jetzt aber los, komm! Mach jetzt! Da oben hängt er, ich krieg die Krise hier. Oh wei, oh wei, oh wei. Einmal nix soll nicht sein. Schade. Magic Mirror, der lebt zwei. Erst war die Dame. Gucken wir ob man noch ein anderer zu bohe kriegt. Jetzt wieder raus. Ah, du komm mal ein Jange hier, das soll nicht werden, wenn er fertig ist. Kein Feuerbild, keine Verringerung, so ne Asche, Mann doch, schade, schade, und hier mal 15 zum Beispiel Sparta. Da ist ein paar mehr davon. Ja, du komm mal. Oh, macht der Arne Stuf hier. Oh, macht der Arne Stuf. 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 Jawohl, sauber. Ja, dann ist doch schon mal was. Oh, macht der Arne Stuf. Und da ist der Arne Stuf. Oh, macht der Arne Stuf. Oh, da ist auch noch mal drei Arne Stuf. Ach, Nase voll, wa? Oh, Kassensturz. 266. Na ja, warum denn nicht? Her damit. Und hier mal ein Ründchen. Doppelbuch. Jo, Mistkäfer. Und eine schöne Mischung. Muss nur was bei rumkommen. dreams, ich bin Pupel. Kommt zu diesem Hang nennt das im Moment. Kupschon lasse die luchmia. Mein Gott, sehr zähe Veranstaltung hier. Und eine Runde, 3 Piggy, Delfin ist schon mal gut, höchste Symbol ist mit bei, dann schauen wir mal. Oh, das Flüpf brauchen wir davon. Oh, das Flüpf brauchen wir davon. Oh, es kommt, man kann es rauspacken. Ja. Komm schon. Mach da weh, schade. Sehr mickrig. Und eine Runde, Fishing Frenzy, 4 Euro Einsatz, los geht's. Hey, wo sind die Angler, du? Oh. 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 Oh, das war ein Dicken. Mach da nicht, lobt die. So, dann schauen wir mal hier rein. So, dann schade ich uns mal auf. Okay. Oh. 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 ein paar hälfte noch ausrücken können schwach 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 und hier haben wir mal Freispiele 2-Euro-Einsatz los und noch ein paar mehr schloss da hinten noch was schade macht da keinen mehr auf 156 naja besser wie nichts so weiter gehts hier uuuu das zieht ihn groß könnte was werden wenn er so weitermacht los macht er den fünften Rinder da bringt schon mal 400 schönes Ding jetzt noch den fünften Rinder das wärs leider nur 10 schade einen Versuch haben wir noch und zu da wieder die 10 da wollen wir mal nicht meckern sehr cool und eine Runde magic tree so wollen wir mal gucken ob man das jetzt hat ach naja wo willst du denn da hin und gut haben wir Die rettet uns auch nicht mehr. Der Bringer wartet ja mal wieder nicht. Seht ihr ja nicht. Man, man, man.